Ja, ich würde es tatsächlich in diesem Bereich einordnen. Wir haben diesen, wo Sie das richtig machen und gut machen wollen, einordnet. Ganz kurz, das ist ein klassisches Modell. Was wir hier sozusagen intern heimlich unterteilen, ist zwei Schichten von Immobilien. Ein kleines Problem, das ist der Freeze. Und das große Problem, das ist der Kollaps. Und tatsächlich auch der Kollaps unter dem Freeze, weil der Kollaps im Gegensatz zum Freeze nicht wirklich gespürt wird. Wenn ein Mensch sich Mühe gibt, es richtig zu machen und der Außenwelt in den Ansprüchen zu genügen, basiert es immer auf Kollaps. Immer. Es ist nur erklärbar, dass ein Mensch es nötig hat, so sehr gegen sich anzugehen, um es anderen recht zu machen, wenn im Kern gespeichert wurde, die Außenwelt im Zweifelsfall hat mehr zu sagen als die Innenwelt. Und so ist das Leben nicht. So ist das Leben nicht. Das ist ein Lesefehler. Und gleichzeitig ist es der kollektive Lesefehler, den wir an all den Stellen haben, an denen wir die Außenwelt existenziell wichtiger einschätzen als die Innenwelt. Yay! Danke für dein Interesse an diesen wilden Themen. Wenn du Lust hast auf noch mehr Freiheit, auf noch mehr inneren Space, auf noch mehr Ekstase, dann bist du in meiner Online-Community Kaiskurs herzlich willkommen. Du findest den Link dazu unter diesem Video und das ist für Tigerinnen und Tiger wie dich perfekt, die Lust haben auf weniger Alltag und auf mehr Abenteuer.